Musik Wir kannten es aus unserer Schulzeit, dass es oft den Streit über das Lüften gab. Die einen wollten frische Luft im Klassenraum und den anderen war es zu kalt. Genau dieses Problem wollten wir mit unserer Arbeit lösen. Mein Name ist der Egretz Fester. Mein Name ist Tim Lemetz. Wir sind zusammen an das Gotthalt Ephraim-Lessing-Gymnasium in Kamenz gegangen und haben dort August 2022 unser Abitur abgelegt. Unsere Motivation für das Projekt war zum einen die Corona-Pandemie, in der sich das Lüften während des Unterrichts als sehr wichtig erwies. Zum anderen wollten wir eine moderne und zukunftsorientierte Lösung für interaktive Tafeln bieten. Daraus entstand unser Indoor Climate Observing System zur Überwachung der Lernumgebung. Hierfür nutzten wir ein einfaches Ampelsystem, um die Daten klar darzustellen. Unsere Vision ist es, das System auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Büroflächen oder Pflegeheimen, einzusetzen.